Hallöchen, ich habe heute ein Video für euch und zwar über meine ABC Challenge. Ich habe mir das Anfang des Jahres überlegt. Jetzt ist schon irgendwie ein Viertel rum und ich habe noch nichts davon gelesen. Ich möchte euch trotzdem mal vorstellen, vielleicht schaffe ich ja doch noch das ein oder andere Buch. Wer weiß, vielleicht passiert auch noch was ganz Grandiose und ich schaffe tatsächlich alle Bücher. Nobody knows. Wir starten mal direkt. Und zwar für den Buchstaben A habe ich Anatomie der Wolken von Lea Singer mir ausgesucht. Ein Buch über, hier vorne drauf steht es, Johann Wolfgang von Goethe, das Universalgenie der Klassik und der junge, wilde Romantiker Caspar David Friedrich. Zwei Künstler, wie sie unterschiedlich nicht sein könnten, begegnen sich 1810. Fasziniert sind sie von derselben Frau. Ich war von diesem Buch auch sehr fasziniert, als ich es mir zugelegt habe und habe es aber aus irgendeinem Grund noch nicht angefangen zu lesen. Das soll sich dieses Jahr ändern, deswegen für A. Für den Buchstaben B habe ich tatsächlich Blackout auf die Liste gepackt. Mark Elsberg ist der Autor. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich habe Blackout schon mal begonnen, genau bei Seite 100 aufgehört. Ich habe das Buch verkauft und tatsächlich mir ein neues Exemplar nochmal gekauft, weil ich so viele Empfehlungen gekriegt habe und mir dachte, ich probiere es doch nochmal aus. Ich werde mal sehen, es sind irgendwie 650 Seiten oder so. B wie Blackout. Für C ist auf die Liste gesprungen Cinder und Ella 2 von Kelly Orem, Happy End und Done. Ich bin sehr gespannt, ich habe letztes Jahr Cinder und Ella gelesen und geliebt. Es war auch zu einer ganz besonderen Zeit für mich und ich bin gespannt, was mich in der zweiten Teil der Geschichte erwartet. Ich habe schon gehört, es sind viele nicht so sehr begeistert. Ich möchte es trotzdem lesen, gerade auch deswegen ganz, ganz bald. Für D, Dienstags bei Marie, die Lehrerin eines Lebens von Mitch Erbem. Ein recht dünnes Buch, das aber mal wieder sehr viel Tiefgang verspricht, denn Mitch Erbem hat schon mit seinem Buch die fünf Menschen, die du im Himmel triffst, die dir im Himmel begegnen, wie auch immer. Damit hat er mich schon begeistert und ich bin gespannt, ob er das auch mit diesem kleinen Buch kann. Für den Buchstaben E, Ein Leben und eine Nacht von Anne Griffin. Ein, wie ich finde, wahnsinnig schön gestaltetes Cover. Ich bin da so ein bisschen Opfer einer Werbung geworden, aber ich fand einfach die Idee ganz schön dahinter. In einer irischen Kleinstadt sitzt Maurice Hannigan an einer Hotelbau und blickt zurück. Rasch ist klar, dass dies keine gewöhnliche Nacht ist. Fünfmal wird er im Lauf des Abends sein Glas erheben, um auf die wichtigsten Menschen in seinem Leben anzustoßen und seine Geschichte zu erzählen. Herzerwärmend und tief traurig zugleich. Eine brillante Geschichtenerzählerin ist wohl die Autorin und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ich habe auch schon gehört, meine Tante hat es gelesen und geliebt. Da, ähm, wir sind nicht immer gleicher Meinung, aber vielleicht in der Hinsicht schon. Oh, es hat auch ein Lesebändchen und ich freue mich sehr darauf. Für den Buchstaben F ist Falling Fast von Bianca Yosivoni darauf gesprungen. Das ist der erste Teil einer zweiteiligen Reihe, wenn ich mich recht entsinne, also in die Logie. Es geht um Hayley und Chase. Ähm, es geht glaube ich schon in die Young, nee, in die New Adult Richtung. Ich kenne mich da nicht so aus. Keine Ahnung. Ich finde das Cover wunderschön und dachte mir, ich teste mal nochmal Bianca Yosivoni. Eins ihrer Bücher habe ich abgebrochen. Aber, genau, ich gebe ihr eine Chance. Nicht nur eine Chance, sondern ich leh, ich habe das mit Gewissheit auf die Liste gelegt. Zum einen, dass ich es bald lesen möchte und zum anderen, dass es mir gefallen wird. Von Adriana Popescu, Goldene Zeiten im Gepäck. Es sind alle wahnsinnig begeistert davon. Ich wollte dieses Buch eigentlich als allererstes Buch in der neuen Wohnung lesen. Das wäre im Oktober 2019 gewesen. Wie ihr vielleicht merkt, ist das nicht der Fall gewesen. Also, ich freue mich sehr. Ein Roadtrip mit Frau Kaiser und Clara, der sich wohl zum einen darum dreht, ja, so ein bisschen in die Vergangenheit, aber eben auch was aus der Zukunft wird. Und es geht wohl nach Rumänien, was ich irgendwie total schön finde, weil in die Richtung, glaube ich, ein Roadtrip sehr, sehr selten der Fall ist. Es gibt oft so dieses Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Australien-Geschichten oder USA. Aber, ja, Richtung Rumänien ist irgendwie seltener und ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Die soll sehr besonders sein für Adriana. Und momentan begeistert sie mich ja mit ihrem anderen Buch, aber das kommt ganz bald dran. Ganz bald sollte eigentlich auch dieses Buch drankommen, und das habe ich schon vor Jahren gesagt, von Weis Kijani, Hinter dem Mond. Ein Buch, das mir meine Oma einst geschenkt hat. Schande über mein Haupt, dass ich es noch nicht gelesen habe. Es dreht sich um. Schon immer hatten mir meine Eltern von diesem Persien erzählt, das angeblich unsere Heimat war, aber es hatte mich nie sonderlich interessiert. Meine Heimat war der Schulweg mit den ostfriesischen Apfelbäumen, der große Spielplatz hinter unserem Haus und der kleine Kuh mit den bunten Eistafeln von Schöller und Langnese. Ich habe es immer noch nicht gelesen. So ein bisschen Richtung, was passiert mit einem, wenn man in ein neues Land kommt, wenn man eigentlich eine andere Heimat hat oder hätte, und das wieder zurück nach Teheran ziehen. Oh, okay, spannend. Eine definitiv ganz andere Geschichte, die ich nicht so oft lese, aber die, glaube ich, schon viel in sich tragen kann. Und ich möchte sie entdecken. Deswegen Haar hinter dem Mond. Für den Buchstaben I, ein wahrer Klopper und eigentlich auch ein wahres Wunderwerk, zumindest schwören viele darauf, Illumine, die Illumine-Akten von Amy Kaufman und Jay Christopher. Und ich bin sehr gespannt, würde die eigentlich sehr gerne entdecken. Es geht ja um so eine Science-Fiction-Raumschiff-Geschichte, die aber in verschiedenen Dingen erzählt ist. Also ganz, ganz außergewöhnlich gemachtes Buch in Chatverläufen, in Protokollen, in Briefen, in Mails. Wow! Das ist irgendwie auch ganz cool gemacht, weil hier ist Text, der wie in so Sprüngen dargestellt ist. Und da steht auch, sie bewegt sich in weiten Sprüngen über die Außenwand der Alexander, ihre Magnetstiefel kratzen über meine Haut. Und es ist zu kalt hier. Es ist einem das Blut gefriert und die Augäpfel bla bla bla. Wow! Finde ich cool. Ja, also die Aufmachung ist einzigartig und klasse. Deswegen sollte das auch langsam mal verschlungen werden. Es wartet darauf. Für den Buchstaben J habe ich tatsächlich auch ein Buch gefunden, und zwar jetzt von Eckart Tolle, die Kraft der Gegenwart. Eckart Tolle ist vermutlich jedem ein Begriff. Er ist bekannt dafür, dass er propagiert, hier und jetzt zu leben, in der Gegenwart. Und das bringt er einfach auch nochmal in sein Buch rüber. Ich bin auch da sehr gespannt. Das Lied auch schon sehr lange bei mir. Ich möchte gelesen werden. Für den Buchstaben K, Capital, von John Lancaster. Ein Buch noch aus meiner Buchhändlerzeit. Großstadt leben in Zeiten der Finanzkrise. Jedes Haus in der Südlondoner Pappy's Road hat viel Glück, Liebe und Leid gesehen. Anhand der Bewohner dieser mehr oder weniger normalen Straße zeichnet John Lancaster ein hochaktuelles Panorama unserer Gegenwart. Ich muss gestehen, vermutlich jetzt nicht mehr so aktuell. Ich sage ja, ich habe es schon vor einer Weile gekauft. Fast 800 Seiten. Vielleicht schrecken auch die mich ab. Aber ich finde ja tatsächlich auch den Anfang, den Einstieg so gut geschrieben, dass ich es unbedingt lesen möchte. Ja, also vor acht Jahren, beziehungsweise vor sechs Jahren erschienen. Gut. Aktuell. Läuft. Aktuell passt natürlich dieses Buch auch gar nicht so sehr. L. Wie loslassen. Wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte. Von Katharina Finke. Und zwar passt es gerade nicht so gut, weil dieses Loslassen und einfach mal losziehen und wie nennt sie es? Es ist schon so eine moderne, digitale Nomadin. Moderne Nomadin. Das ist gerade irgendwie schwierig. Das funktioniert gerade eigentlich gar nicht. Andererseits irgendwie schön, mit jemandem auf die Reise zu gehen. Von Eva Baronski M. Manchmal rot. Ich habe gerade erst angefangen, jemand zu sein. Jemand zu sein. Es ist ein Kurzschluss der zwei Lebenswelten, die sich sonst kaum berührend aufeinander prallen lässt. Die eines erfolgsverwöhnten Anwalts und die seiner illegal beschäftigten Putzfrau. Was dann passiert, bedeutet für beide den völligen Verlust von Selbstverständlichkeiten. Auch jetzt wieder, wenn ich es lese, denke ich, boah wie toll. Trotzdem steht das Buch schon seit Buchhändlerzeiten. Also auch so um die fünf Jahre bei mir. Ich wäre aber immer noch sehr gespannt darauf. Dann ein Buch, das ich vielleicht ja mit der lieben Anja, ich glaube sie hat es auch in die Kamera gehalten. Ich glaube schon. Mit der lieben Anja von Book Friends Forever lesen könnte. Notes on a Nervous Planet von Matt Haig. Sie hat das Ganze auf Deutsch. Wenn ich mich jedenfalls recht entsinne. What if the way we live was engineered to make us unhappy? And what if there was something we could do about it? Es soll wohl ein sehr intelligentes Plädoyer dafür sein, wie wir mit unserem Planeten umgehen, wie wir das vielleicht besser tun sollten. Ich glaube auch, wie wir mit uns umgehen. Ich schätze, das steckt schon auch ein bisschen dahinter. Ich liebe ja Matt Haig und vor allem seine Kinder-Weihnachtsgeschichte auf Englisch. A Boy called Christmas, The Girl Who Saved Christmas und Father Christmas and Me. Deswegen habe ich mich auch hier für die englische Version entschieden. Dann das O. Da habe ich ein bisschen geschummelt. Da ist ein Artikel davor. Der Ozean am Ende der Straße von Neil Gaiman. Wurde mir auch schon vor Ewigkeiten empfohlen. Habe ich schon länger hier. Und hinten drauf steht, es war nur ein Ententeich ein Stück weit unterhalb des Bauernhofs und er war nicht besonders groß. Letty Hempstock behauptete, er sei ein Ozean. Aber ich wusste, das war Quatsch. Sie behauptete, man könne durch ihn in eine andere Welt gelangen und was dann geschah, hätte sich eigentlich niemals ereignen dürfen. Genau, ein erzählerisches Meisterwerk über die Kraft der Freundschaft. Ich bin sehr gespannt. Ich habe von Neil Gaiman, glaube ich, noch nichts gelesen. Würde mich sehr freuen, diese Geschichte zu entdecken. Das zieht mich gerade schon wieder sehr an. Dann kommen wir zu dem Buchstaben P. Die Postscript von Cecilia Aaron. Was ich dir noch sagen möchte. Das ist ja quasi der zweite Teil zu PS Ich liebe dich. Oder eine Fortsetzung nach vielen, vielen Jahren. Es soll ein sehr tief berührender Roman über die großen Fragen des Lebens sein. Wie können wir sinnvoll und glücklich leben? Was können wir unseren Liebsten mitgeben? Und was bleibt von uns? Es geht darum, vor sieben Jahren ist Holly Kennedys geliebter Mann Gary gestorben. Er hat ihr Briefe hinterlassen, die sie in ein neues Leben begleitet haben. Da wird Holly von einer Gruppe unheilbar kranker Menschen angesprochen. Inspiriert von Gary's Geschichte möchten sie ihren Lieben ebenfalls Botschaften hinterlassen. Holly will nicht in die Vergangenheit gezogen werden. Doch als sie beginnt, den Mitgliedern des PS Ich liebe dich Clubs zu helfen, wird klar, wir alle können Sinn finden und die Liebe weitertragen. Klingt herrlich. Klingt auch so ein bisschen, als ob das wieder so ein bisschen angeknüpft ist. Einfach an die früheren Romane von Cecilia Aaron, die ich ja alle sehr geliebt habe. Ich mag das Cover unglaublich gerne, muss ich sagen. Und freue mich eigentlich darauf, diese Geschichte weiterzulesen. Es war nicht meine Liebste von Cecilia Aaron, aber ja, sie ist schon unter den Top 3. Bei Q habe ich folgendes Buch gefunden. Quotes of Gandhi. Es ist so richtig auf, ein bisschen älter, natürlich, wie auch immer gemacht. Es ist so ein fester Einwand, aber ja, ganz anders gestaltet. Es ist innen drin wahnsinnig schön gemacht. Es hat so ein bisschen den Stil von, es ist gedruckt oder so dergleichen. Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo es herkommt, muss ich sagen. Und ja, hat dann eben so im Einzelnen in so einem Rahmen immer ein Quote. Das werde ich natürlich nicht so durchlesen, in dem Sinne, dass ich das eins nach dem anderen lese. Es steht auch immer die Jahreszeit mit dabei. Die Jahreszeit? Die Jahreszahl. Die Jahreszeit. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Nein. Die Jahreszahl steht dabei, wollte ich mal sagen. Und ich finde das richtig, richtig herrlich gestaltet. Es ist so richtig golden, die Schrift gemacht und irgendwie was Besonderes. Es sind eins der Bücher, die ich auf einem Bücherflohmarkt oder dergleichen gekauft habe oder beim Büchertausch gefunden habe und ich fand es sehr, sehr schön. Und es war tatsächlich das einzige Buch, das ich gefunden habe mit einem Kuh. Deswegen ist es auf die Liste in die Challenge gehüpft. Für den Buchstaben R, Samuel Koch, Rolle vorwärts. Das Leben geht weiter, als man denkt. Ich habe bereits Zwei Leben, heißt, glaube ich, sein anderes Buch von Samuel Koch gelesen. Fand es sehr schön, fand es total motivierend. Habe jetzt eine längere Pause gehabt und Rolle vorwärts wäre das so ein Buch mit R, das ich auch sehr spannend finde und mich sehr darauf freue. Samuel Koch kennt vermutlich auch jeder, ist derjenige, der verunglückt ist bei Wetten, dass, weswegen auch Wetten, dass, ja, danach nicht mehr wirklich stattgefunden hat, zumindest nicht in dem Maße, wie es vorher war und mittlerweile ja gar nicht mehr existiert. Und das heißt nicht, dass er der Grund dafür ist, dass es ein Ende gab, aber er ist einfach ein wichtiger Meilenstein gewesen, quasi auf dieser ganzen, also bei dieser TV-Geschichte. Und durch diesen Salto, bei dem er dann gestürzt ist und, ja, jetzt mittlerweile ja durch einen inkompletten Querschnitt im Rollstuhl sitzt und nahezu komplett gelähmt ist. Hat sich sein Leben völlig verändert und seine Schauspielentwicklung und dergleichen, die er zwar vorangetrieben hat, aber es hat sich doch sehr viel einfach geändert in seinem Leben. Er hat einen starken Glauben und ich finde es aber beeindruckend, dass er eben nicht nur darüber spricht, schon auch, aber nicht nur ganz darüber, sondern auch, wie er positiv mit allem umgeht, obwohl er tief traurig und bestürzt sein könnte. Ich muss einmal ganz kurz überlegen, der Sturz war 2010. Im Dezember 2010 müsste es gewesen sein, die Geschichte mit Wett und Das. Kann es sein? Stehe jetzt hier gerade nicht, aber meines Wissens ist es schon fast zehn Jahre her. Krass, das ist echt krass. Für den Buchstaben S, Straßensymphonie von Alexandra Fuchs. Aus dem Drachenmond Verlag, Roman, den ich ja schon längst mal entdecken wollte. Hinten drauf steht, seit dem Tod meines Vaters hatte sich alles verändert. Eine Bühne betreten und singen, das würde ich nie wieder können, dessen war ich mir sicher. Doch dann kam er. Doch seine Band brauchte dringend eine neue Sängerin und ich jemanden, der mir überhalf, die Musik wieder zu spüren. Klingt herrlich, klingt nach einer schönen Reise mit Musik, klingt auch ein bisschen fantastisch mit Gestaltwandler. Aber ich freue mich drauf. Ein, wie ich finde, wahnsinnig schön gestaltetes Buch. Von Marowulf, tausendmal schon. Hinten drauf steht, es gibt drei Dinge, die die 18-jährige Sasha sich fest vorgenommen hat. Sie würde in diesem Leben ihre Bestimmung nicht annehmen. Sie wird niemanden wegen ihrer Gabe in Gefahr bringen und ihre Seelenmagie tief in sich verschließen. Auf der stürmumtosten Atlantikinsel Alderney ließen sich diese Formen in die Tat umsetzen, aber dann taucht eines Nachts Cedric de Grey auf. Erst rettet er sie vor dem Ertrinken und dann vor einem Seelenjäger, der es auf Saschas kostbare Seele abgesehen hat. Doch diese übt auch auf Cedric einen unwiderständigen Reiz aus, denn mit nur einem Splitter davon könnte er ewig leben. Ich finde, es ist herrlich gestaltet, dieser Buchschnitt. Wunder, wunderschön. Es ist vorne drauf total schön gestaltet. Und natürlich auch innen drin. Natürlich auch innen drin. Ich finde es wunderschön mit kleinen Schmetterlingen. Richtig, richtig toll. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte über 400 Seiten. Ich habe von ihr Bookless gelesen und geliebt die Trilogie. Mehr habe ich von ihr meines Wissens, doch habe ich schon gelesen. Als Emma C. Moore hat sie noch Finian Blue Summer geschrieben. Und das andere habe ich gerade vergessen, den Titel. Fanny Rose. Ich blende es euch ein, wenn ich daran denke, everything is possible. Nee. Boah, ich weiß es leider nicht mehr. Aber ich habe von ihr schon mehrere Sachen gelesen und geliebt. Genau, und von Emma C. Moore, also unter ihrem Pseudonym, habe ich auch noch diese Zuckersüß-Reihe da, diese Weihnachtsgeschichten, Kurzgeschichten gelesen auf dem E-Book-Reader. Und genau. Das ist dann aber wieder eingezogen als echtes Buch. Und das möchte ich lesen. So wie ihre anderen Bücher auch noch, die mir hier stehen von ihr. Aber mit T ist eben tausendmal schon eingezogen. Nicht eingezogen, aber auf der Liste. Zu dem Buchstaben, uh, unterhalb blauem Himmel, Michelle Schrenk und Gabriel Strack. Eine Geschichte, die sich über Freundschaftsträume und den Zauber der Erinnerungen dreht. Michelle Schrenk schafft es immer, sehr herzzerreißend, sehr schön zu schreiben, sehr liebevoll. Einen tollen Blick immer auf die Dinge, auf die Charaktere. Als Lena nach fünf Jahren wieder auf Robin trifft, kommen längst vergessene Gefühle in Bewegung. Eingeholt von der Vergangenheit erleben die beiden einen unvergesslichen Abend. Und plötzlich für eine Nacht sind sie wieder 17. Erinnerungen, Wünsche und Sehnsüchte werden wach. Aber was kann daraus entstehen? Und was passiert, wenn du mit einem Mal alles in Frage stellst? Ich freue mich sehr darauf. Und nicht nur auf meinem Sub-Erwartungen-Stapel vor Ewigkeiten, sondern jetzt auf dieser Liste liegt vielleicht Morgen mit V von Gio Müsso. Empfohlen von der lieben Cossi damals noch, als es noch aktuell war. Ich habe es auch direkt gekauft. Deswegen habe ich es in der großen Pendo-Ausgabe. Eine Liebesgeschichte, die die Grenzen von Zeit und Raum durchbricht. Emma lebt in New York und hat ihre letzte Trennung noch immer nicht verwunden. Matthew kümmert sich in Boston allein um seine Tochter, seit seine Frau beim Autounfall ums Leben kam. Beiden hat das Schicksal übel mitgespielt. Doch dann macht Matthew auf einem Flohmarkt eine Entdeckung, die die Leben der beiden verbindet und grundlegend verändert. Ich freue mich so sehr darauf und ich habe es immer noch nicht gelesen. Ja, damit ich es dann doch endlich mal lese, liegt es auch auf dieser Liste. Für W steht Was uns glücklich macht von Mike Greenberg. Ein warmherziger Roman, der einen lachen und weinen lässt. Drei Frauen, drei Leben, drei Freundinnen. Brooke, Samantha und Catherine sind drei ganz normale Frauen, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen. Doch ohne, dass sie es ahnen, befinden sich alle an einem Wendepunkt. Brooke wird klar, wie sehr sie ihren Mann auch nach über zehn Jahren noch liebt. Samantha muss erkennen, dass impulsive Entscheidungen nicht immer die besten sind und Catherine trifft es wie einen Blitzschlag, als sie an ihrem 40. Geburtstag zu einem Blind Date geht. Die größte Offenbarung von allen wartet aber noch auf sie. Hier ist es Zeit, Bilanz zu ziehen und herauszufinden, was uns glücklich macht. Klingt nach einer herrlichen Geschichte. Frauen und Frauenfreundschaften, starken Frauen, die was Neues in ihr Leben entdecken. Ich freue mich drauf. So, für den Buchstaben X ist es sehr schwierig. Ich habe zumindest kein Buch hier. Ich habe aber einfach mal ein bisschen getrickst. Damit ich für jeden Buchstaben wirklich ein Buch habe, und das habe ich ja bis dahin eigentlich auch schon ganz gut geschafft. Das habe ich geklappt. Habe ich geklappt. Okay. Super. Das hat geklappt. Für den Buchstaben X habe ich kein Buch gefunden. Allerdings habe ich mir gedacht, X ist ja eigentlich in der Mathematik immer ein Platzhalter. Für eine Zahl. Für eine eigentlich existierende Zahl. Deswegen habe ich einfach mal geguckt, ob ich einen Titel habe, der eine Zahl hat. Und da bin ich auf 1984 gestoßen. Von George Orwell. Habe ich tatsächlich immer noch nicht gelesen. Möchte ich lesen. Und ist mein X in diesem Fall für die ABC Challenge. Für Y hätte ich ein paar mehr Bücher zur Auswahl gehabt mit dem Titel Yoga oder dergleichen. Ich habe mich jetzt für Yogaren entschieden. Veganes Leben und Yoga von Dominic Grimm. Ein Buch, das auch recht zufällig zu mir kam. Auch schon vor längerem. Und ich möchte es unbedingt entdecken. Unbedingt. Für Z habe ich Zurück ins Leben. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, welches der eigentlich erste Titel ist. Ob Bucket List eigentlich der Titel ist? Ich glaube schon. Ich glaube, Zurück ins Leben ist der Untertitel. Dann ist es geschummelt. Dann weiß ich nicht genau, ob ich ein Buch da hätte mit Z. Vielleicht. Ist aber schwieriger. Z ist schon schwierig. Von mir B. Myers. Oder B. Myers. Ein Contemporary Romance Buch. Ist schon schwierig genug auszusprechen. Als Amys große Liebe in Moa an einer seltenen Krankheit stirbt, bricht für sie eine Welt zusammen. Der einzige, den es noch schwerer zu treffen scheint, ist Noas bester Freund Kyle. Beide glauben sie an den Verlust zu zerbrechen, bis Noas Mutter ihnen ein Brief überreicht. In diesem bittet Noah sie darum, seine Bucket List mit all den Dingen, die er gerne noch erlebt hätte, abzuarbeiten. Verbunden durch ihre Trauer und diese Aufgaben entwickelt sich zwischen Amy und Kyle eine tiefe Verbundenheit und sie finden gemeinsam den Weg ins Leben zurück. Bis Kyle einen folgeschweren Entschluss trifft, der nicht nur sein, sondern auch Amys Leben für immer verändern wird. Vielleicht keine neue Geschichte, aber doch irgendwie ganz nett, zumindest so wie es klingt bisher. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, mein geschummeltes Z. Zurück ins Leben. Bucket List. Das waren die Bücher für meine ABC Challenge. Ich bin gespannt, wie viel ich tatsächlich noch schaffe, in diesem Jahr zu lesen davon. Ich hoffe einiges. So wie auch von den restlichen Büchern, die hier noch so stehen. Und ich erzähle euch am Ende des Jahres natürlich, was ich davon geschafft habe, wie viel ich geschafft habe. Vielleicht habe ich schon welche aussortiert, weil sie mir nicht gefallen haben. Ich hoffe nicht. Oder ich erzähle euch eben herrliche Geschichten dazu und schaffe das dann vermutlich gar nicht mal in ein Video zu packen. Denn allein das Vorstellen hat jetzt schon ziemlich lange gebraucht. Dann würde ich das einfach aufteilen. Können wir eine Serie draus machen. Sobald ich welche gelesen habe, kann ich immer ein Update geben. Gut, habt ihr euch eigentlich etwas vorgenommen für dieses Jahr als Lese-Challenge? Streng genommen ist jetzt gerade so die richtige Zeit, um sich nochmal was zu überdenken und was Neues dazu zu nehmen. Vielleicht, weil jetzt hätte man mehr Zeit dafür, um auch wirklich zu lesen. Und dann freue ich mich von euch zu lesen, was ihr euch vorgenommen habt, was ihr vielleicht schon erfüllt habt, was ihr euch vielleicht auch als Jahresziel gesetzt habt, wie viele Bücher ihr lesen wollt. Das habe ich mal nicht gemacht dieses Jahr. Das wäre vielleicht nur frustrierend. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen, wenn ihr wieder einschaltet und mit dabei seid beim nächsten Video. Bis dahin, lest schöne Bücher. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.